Liebe Freunde von Kirche in Not, fassungslos und mit Trauer schauen wir auf die Schreckensbilder, die uns aus dem Libanon erreichen. Gestern Abend ist dort eine Lagerhalle explodiert im Hafen von Beirut. Diese Explosion, die auch noch in Zypern zu spüren gewesen sein muss, hat das ganze Land hart getroffen. Es herrscht eine Bankenkrise, es herrschen unglaubliche Zustände aufgrund der vielen, vielen Flüchtlinge, die aus den Krisengebieten umher, zum Beispiel aus Syrien, in den Libanon geflohen sind. Wir haben gleich unsere Projektpartner angerufen, es geht ihnen gut, aber sie berichten davon, dass Trümmerteile durch die Luft geflogen sind und dass es jetzt aussieht wie nach einem Krieg. Während international die Suche nach dem Schuldigen beginnt und reflexartig nach jemandem gesucht wird, dem man das alles in die Schuhe schieben kann, geht es bei Kirche in Not immer zuallererst um die Opfer. Wir werden alles Mögliche tun, um unseren Projektpartnern vor Ort zu helfen. Dazu rufe ich Sie auf, für die Menschen im Libanon, für die Menschen in Beirut, aber auch im ganzen Nahen Osten zu beten und wenn möglich zu spenden. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihr Florian Ribka von Kirche in Not in München. Ich danke Ihnen.